hallo und herzlich willkommen könnt ihr euch noch erinnern die bäume sind weg das video ich verlinke es mal ja genau da oben ja das jetzt schon ein jahr her war hier alles schön groß gewachsen mit bäumen und dann wurde die straße hierher verlegt und ja und dann wurde hier eine kanalisation drunter gebracht und das ganze grundstück ist praktisch geschmaler geworden aber die bäume standen die wurden alle weggesägt ja und jetzt verläuft die böschung und wir haben eine ganze menge müll wurde hier noch hier gelassen aber nichtsdestotrotz ich habe jetzt das beste draus gemacht die bearbeitungslinie ist natürlich übelst verdichtet ich habe die jetzt gerade besät den ganzen hank hier die hässliche handkante haben meine kinder mit schön bienenblühern und blü ja mit ganz vielen blumen bis gesät und gras und alles gemischt was wir gefunden haben wildkräuter wiese ja noch und nöcher und ich habe natürlich alles ob es wäre fast das handy runtergefallen ist es verkehrt rum so entschuldigung alles ausgegraben was ich irgendwo gefunden habe zum beispiel diesen schönen ahorn also ich lasse mal die bäume wackeln schön als hecke nehmen und wächst relativ schnell hier weil es relativ schnell in zehn jahren was natürlich großer baum nur ich will ja auch wie mal die straße wird er nicht mehr sehen hier das ist auch wie halt nicht so schön und ja und hier habe ich auch pflaumen bäume da wissen nicht genau was versorten sind das blöde ist die gestern rausgeholt und sind ein bisschen schlabberig weil die jetzt ja zwölf stunden lang die wurzeln relativ trocken waren und die sind schon ja haben schon halt grün viel grün dran so meine schönen werkzeuge die man hier so braucht das sind walnussbäume und da ist schluss das vorhaben so liegen lassen das feld wird normalerweise wieder bestellt aber bis jetzt hat sich der nachbarn noch nichts getan dass die irgendwas machen und wird sieht normal was hier vor müll alles drin liegt ja natürlich alles umgeackert und umgearbeitet jahrelang war das halt straße und hier haben wir vorhin drei große kisten ja mit glas und mit plastemüll haben meine kinder gesammelt und wir rausgeholt ja und habe ich auch geschnitten an irgend so hier in der erde und irgend so ein stück glas was da drinnen war hier sieht man auch eine scherbe einen alten teller ja aber das ist eigentlich gar nicht hauptgrund des videos mein hauptgrund ist selbstversorger jetzt oder selbstversorgung jetzt wir haben corona krise und ich bin ziemlich davon überzeugt dass die dass die gesamte versorgungslage noch etwas prekärer wird und selbst wenn es nicht so ist und ich habe viel angebaut dann habe ich dann hinterher schön viel zu essen und ich kann eigentlich nur jeden raten ja jetzt anzufangen wenn man noch nicht selbstversorgung macht wenn er noch nicht anfangen ein bisschen was selber anzubauen macht jetzt also man ist jetzt die beste zeit viele haben vielleicht ein bisschen zeit was zu machen wenn ihr ein kleines stückchen land habt nehmt den spaten kraft da was um steckt da was rein zwiebeln salat büsche gut das dauert länger aber gerade obst und gemüse kartoffeln kartoffeln ist so einfach er kann eigentlich jeder kartoffeln der erde anhäufeln und stehen lassen und nach drei monaten könnte ernten meist ähnlich meist wächst ist wie ein spalierobst sag ich mal nur dass es dann wegschmeißt also nicht ja es wird wie eine hecke und ihr könnt es dann im herbst ernten und habt ein bisschen was davon ich finde kartoffeln natürlich noch viel besser das dumme ist zum beispiel hier wenn ich jetzt hier kartoffeln machen will wollte erstens bin ich ziemlich dicht an der straße und die haben mir mit den backern hier die erde unheimlich verdichtet ja also ich bin kaum durchgekommen jetzt habe ich hier auch erstmal gras gemacht und ja da wo gerade gemäht wird da konnte ich ja letztes jahr alles nicht machen da werde ich noch umgraben und werde die kartoffeln also teilweise umgraben und die kartoffeln rein machen und dann versuchen so viel wie möglich zu mulchen das war es einfach mal von mir ich sage nur selbstversorgung jetzt ich habe jetzt noch mehrere videos mache ich in der reihe selbstversorgung mit feuerholz mit reparaturen ansonsten seht ihr euch auf meinem kanal da gibt es ja selbstversorgung was weiß ich miele waschmaschine reparieren ziemlich viele tausend leute angeklickt könnt ihr mal gucken heute terrasse selber wollen wir ganz so vieles selber machen und wenn zu befürchten ist dass wirklich eine demnächst eine hohe arbeitslosigkeit auf uns zukommt ja wäre es halt nicht schlecht einfach sein leben selbst in die hand zu nehmen und nicht darauf zu vertrauen dass man einen einen bezahljob hat und dann alles kaufen kann im laden man sieht ja jetzt an der krise von wegen alles kaufen artenschutzmasken kommen aus china und aus indien china hatte weil nicht produziert hat sie selber gebraucht indien produziert ab jetzt nichts mehr oder seit ein paar tagen medikamente übrigens auch kommen auch großteil aus indien und das wird wohl noch knapp werden von daher also land was ich nicht selbst versorgen kann ja hat irgendwie immer schlechte karten die globalisierung hat jetzt gerade ihre grenzen erreicht ihr kennt ja meine videos von kuba kann ich vielleicht mal ein video verlinken das land da wächst theoretisch alles aber es haben 75 prozent der nahrungsmittel importiert wieso und hier wächst eigentlich auch alles und deswegen also alles nicht hier wächst natürlich keine papaya keine manko aber er wächst soviel dass wir als volk davon leben können ok ich freue mich über einen daumen hoch ich freue mich über kommentare ein abo wenn noch nicht da und denkt dran selbst versorgung jetzt und ich will noch mal hinweisen permakultur verlinkt ich mein buch die grundlagen der permakultur oder unten in der infobox nicht da hinter infobox der permakultur was ich ja schon lange ja auch betreibe könnt ihr mit wenig arbeit in relativ hohen ertrag erzielen und ihr seid nicht sklave eures gartens und ja und anstatt rasenmäher rallye jedes wochenende ist halt mal ein bisschen umgraben angesagt und was pflanzen und ein bisschen was sehen wer es will ok tschüss bis zum nächsten mal übrigens habe ich hier gleich in dem atemzug auch noch ein paar samen reingemacht direkt um die baumscheibe habe ich kerbel gesät und hier habe ich noch ein paar körbissamen reingesteckt mal sehen was draus wird tschüss ja und Vielen Dank.